Hier ein, zwei, eins, jetzt! So, Kopftreffer, nice! So, Kopftreffer, nice! Achtung hier runter! Den Link, den Link wieder rauszukommen! Danke, Mann! Jo, eine, 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 eine? Äh, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich! Oh, ich hab ne geile neue Dings gekriegt! Achtung, da sind wir echt schön, da kommt vielleicht einer zu dir ein, jetzt sind wir schon bereit! Schau mir meinen verdammten MG einfach mal drauf! Yeah, fucking Dude, der Schluss war richtig geil! Boah, der Schluss war richtig geil! Wenn ich da nur noch drauf gehalten habe! Ich hab jetzt am Schluss, hab ich jenes Kills noch gemacht! Jenes Kills? Jenes Kills! Jenes und dieses! Und überhaupt! Jenes und Penis! Ja, ich hab da mit meinem MG einfach nur noch reingehalten! Das war richtig cool! Ja, ich seh's grad! What the fuck! Hahaha! Krieg ich richtig Bonus hier! Hahaha! So, nachladen! Jetzt musst du gucken, jetzt musst du gucken! Jetzt ist der Schluss, da ist richtig geil! Wieder ums Eck, du sagst und da stehen sie! Ich hau rein! 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 Hahaha! Das hat nur noch gepunktet! Alter! Schluss habe ich noch schön aufgeholt! So, war eine coole Runde! Obwohl wir eigentlich verloren haben, war eine richtig geile Runde! So! Leichtes Hüngerchen habe ich! Leichtes Hüngerchen? Mh! Mh! Heute kommt noch Dezzy! Ich denke, da werden wir bestimmt noch ein bisschen spielen heute Abend! Aber wir haben hier... Noch mal Metro, oder was? Noch mal Metro? Ach komm! Ach komm! Leck! So einen anderen suchen!